Hallo zusammen und willkommen zurück bei Astray. Wir haben die große, fette Riesentür geöffnet und vor uns lauert ein Tisch mit zwei Stühlen und ich glaube, da geht's weiter, ja. Ich dachte schon, das wäre alles, was es hier gibt. Hallo? Jetzt ganz im Ernst, wenn er jetzt hier ist, um nach seinem Onkel zu schauen, warum ruft er ihn nicht zuerst an? Ähm. Nein, 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 nein. Nein, nein, okay. Ich gehe mal auf diese Tür zu, die im Dunkeln auf uns wartet. Ladebildschirm. Können die nicht einfach mehr Lampen montieren? Das ist eigentlich zu viel verlangt. Batterien sind kostbar. Da war gerade irgendwas. Schleichendes. Es ist niedlich, eigentlich. Okay, das marschiert da nach hinten. Und da ist ein kleiner Süßer von denen. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bestimmt nicht dort rein, wo der gerade hingeht. Ich gehe mal da rein. Da ist eine Kiste. Die brauche ich vermutlich später noch für irgendwas. Ist hier was? Nee. Ich nehme die jetzt mal mit. Der Typ ist weg. Ich gehe jetzt doch mal ihm hinterher, weil ich glaube fast, wenn, dann ist in dem Raum die Öffnung irgendwo oben. Das ist jetzt meine Vermutung. Da kann ich auf jeden Fall nach oben, aber ich weiß nicht, was es bringen soll. Nee, da ist auch gar nichts. Verdammt. Okay, er dreht seine Runden. Das ist gut. Ich nehme mal einfach die Kiste mit. Ich glaube, wir werden sie brauchen, aber ich weiß noch nicht, wo. Der dreht sich jetzt aber nicht um. Okay. Ja, ich folge ihm auffällig und leise. Ich gehe nur hier vorbei. Mit meiner Kiste. Und tschüss. Da sind jetzt ein paar leere Schaukästen. Sonst nichts. Okay. Das funktioniert ja nie. Das Ding spiegelt so schön. Wow, ein Stück Holzen ausgestellt. Das ist wunderschön. Wer bist du? Das Bild kenne ich irgendwoher. Das ist Baronin... Was weiß ich was. Ich mache hier mal den Weg frei. Eine Bücherei. Und da fand sich ein Brief. Professor Wokes Tagebuch. 10. Dezember 1908 Ich habe heute Morgen erfahren, dass Henry Turner vermisst wird. Die Polizei hat mich befragt bezüglich dem plötzlichen Verschwinden. Nachdem er zuletzt bei der großen Eröffnung oder ja, bei der Eröffnungsparty gesehen wurde. Ich habe es sofort komplett kooperiert. Auch wenn ich nicht mehr zu seinem Verschwinden sagen kann, fühle ich mich doch irgendwie verantwortlich. Dass das Verschwinden vielleicht doch mit dem zusammenhängt. Ah, okay. Ist hier was? Hier ist nichts. In Büchereien erwarte ich mir ja nicht immer so Geheimgänge, aber anscheinend gibt es hier keinen. Die Tür ist nicht offenbar. Dann die hier. Die auch nicht. Ich hoffe nur, dass dieser Zombie-Mumien-Dämonen-Typ nicht hierherkommt. Ich vertraue den Dingern hier nicht. Da steckt doch bestimmt was drunter. Da ist ein Brief. Das weiße Buch führt den Weg. Geh weg. Okay, es ist vielleicht wirklich ein Geheimgang. Ähm. Das ist jetzt nicht dasselbe Bild. Das ist ein anderes Bild. Ist die Spiegelung jetzt auch ein anderes? Äh, keine Ahnung. Das weiße Buch. Weißes Buch, ja ganz toll. Weißes Buch. Bestimmt irgendwo an der Wand. Weißes Buch. Es ist gar nicht so einfach hier ein weißes Buch zu finden. Ich meine, es ist wahrscheinlich das einzige weiße Buch hier, aber... Da! War ja gar nicht so schwer. Yay! Hallo! Bist du mein Freund? Ich höre das Atmen. Wie kommt der jetzt hierher? Oder sind das mehrere? Ich warte jetzt einfach mal ganz kurz hier. Weil ich glaube, er wird gleich an uns vorüberziehen. Oder ist der hinter uns? Nee. Ich spiel mal ums Eck. Ich spiel ihn nicht ums Eck. Kommst du? Mann, der ist so lahm. Warum habe ich nicht Angst vor dem? Hä? Ach, ist er hier hinter der Tür? Soll er ruhig. Moment. Nee, da bin ich jetzt aber nicht dort, wo ich schon war. Oder doch? Nee, das ist... Das ist ein anderer Raum. Hi. Ich lasse dich mal vorerst hier drin stehen. Da ist auch nichts. Muss ich also da rein, wo der gerade ist? Die versteckt mich. Nee. Ist das runtergefallen? Oder ist das eine Luke? Ich habe keine Ahnung. Da ist nichts. Also alles komplett sinnlose Räume. Bis auf den einen wahrscheinlich, wo gerade unser Freund drin steckt. Der weg ist. Schön, ein Brief. Prof. Volker Lulalulem, 22.7.98 Ich habe keine Zweifel, dass irgendwas hier nicht stimmt. Wie konnte sowas passieren? Vier Leute sind verschwunden im letzten Monat. Alle, die bei meiner großen Voreröffnung teilnahmen. Von denen, die teilnahmen, gibt es nur noch drei. Amelia, James und ich. Ich glaube, da ist irgendein durchgeknallter Typ das Museum ins Auge gefasst hat. Vielleicht irgendein Mörder, der hinter mir her ist. Und alle, die zu mir gehören. Ich muss den Splitter verstecken. Wo ihn niemand finden kann. In seinem Arsch. Wo ist eigentlich Mr. Zombie hin? Der ist doch bestimmt darunter gewandert. Da ist er nicht. Okay. Ich renne mal. Hier ist gar nichts. Mann. Was ist da drunter? Was ist da drunter? Ich habe ständig das Gefühl, bewegen sie gleich. Aber sie tun es nicht. Der Raum ist ausziehenlos. Hat sich da gerade was? Nee. 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 Heißt das, ich muss jetzt den Splitter suchen und finden? Wow. Kann ich da irgendwie hochklettern? Hä? Nein. Ich bin zu unelegant für sowas. Dann nehme ich halt die Treppe. Das ist keine Treppe. Oh. Ah. Verstehe. So, dich stelle ich mal da ab. Nein. Nein. Dofe Kiste. Scheiß für sick. Ich bin nicht imstande, die Kiste hier hochzustellen. Oder kann ich so schon hoch? Nein. Fast. Ich glaube ja, ich muss... Ja. Schön, wenn sowas so planmäßig funktioniert. Ich möchte dich nur so hinstellen. Genau. Und jetzt. Ich bin nicht imstande. Ich werde mehr Kisten aufstellen müssen, glaube ich. So. Komm. Nein. Komm schon. Bleib. Bleib. So ist brav. Jetzt kommst du daher. Die stelle ich nämlich jetzt genau daneben hin. So. Sonst habe ich hier nichts. Und jetzt. Rauf. Komm schon. Ah. Oder. Ne. Moment. Vielleicht muss ich. Das anders machen. So wird es bestimmt funktionieren. Komm schon. Was? Die Kiste ist schwerer als wir? Ist ja voll unrealistisch. Ich schaue jetzt, ob ich einen Stuhl auch verwenden kann. Okay. Dann werde ich jetzt da so viel Gewicht drauf packen, wie ich kann. Stuhl. Stuhl. Der klemmt. Sonst gibt es hier nichts. Ich würde echt gar nicht wissen, was unter den Laken ist. Ja. Ich bin oben. Ich bin oben. Das war ein Horror. Entweder die ganzen Bilder fehlen, oder das ist irgendein Künstler, der unglaublich gern Holz mag. Ich gehe jetzt mal eher etwas vorsichtig. Ja. 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 Kommst du diesmal gleich um die Ecke geschossen, oder bist du wieder irgendwo in einem Raum? Ich glaube, es kommt näher. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh klar. Wie soll ich das hinkriegen? Du siehst mich nicht, oder? Uah! Lauf! Der ist ja gar nicht so lahm, wie ich dachte. Warum gehst du jetzt automatisch? Der hört gerade nicht auf zu gehen. Hör auf zu gehen! Hallo? Der hört gerade nicht auf zu gehen. Ich gehe nochmal zurück. Verdammt. Ich glaube, das ist ein Bug. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier eine Aufnahmepause und hoffe, dass ich diesen Bug dann loswerde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann anscheinend nach oben ins Licht geht. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Ich renne mal gegen die Wand. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. omet stra mund. Untertitelung des ZDF, 2020